so liebe leute jetzt geht es hier mal weiter, sorry, mein Kamera ist gerade abgeschissen, mittendrin ich wollte noch die Standings zeigen, den Zettel nochmal kurz, Nico so, aktuellen Standings sind so, jetzt geht es weiter, hier Nico und Mike spielen um Platz 3 und 4 und dann im Finale machen ich und Robby, nächste Runde aber erstmal jetzt viel Spaß hier mit Mike und Nico so, die nächste Kamera wird aktiviert und zwar Shadows so, und hier geht es auch mit Shadows Kamera weiter Yo, ich wollte 4 Kampf um Platz 3 Ja, du bist hier noch Kamerawandel Ja, Kampf um Platz 3, da Mike und ich und so, ja, dann schauen wir mal was abgeht und dann los geht's ich will sagen, wie viel noch mal Neues Ah, ich war da, dann nicht, du wirst es noch oh, ja und da fangen wir schon an gut spielen ja hm und dann kann man richtig stehen das ist klar, dann wird sich nur ein und du Nico sitzt eine und du hast mir gehört, dann kommt aus wie immer alles hat und 2 2 und Niko ist drin und Niko flippt sein Sein den Sangern Oh nein der ist verboten Game Lost ja, aber Überlaufer das ist das ist ja klar Opfer Schirm und ein Baumfrausch für Vampirlord das ist gut so blaus ist ok Albtraumrat, das ist ja der reingeste Albtraum Ohohohohoho Wir sind die Witze flacher als Mikes Brüste Mike, was machst du? Nichts überlegbar Herr Opfert, was war das? Demelius und Nico Chain TT Ok Was kommt von Mike? Du von Scheidern hast du abgezogen, ne? Von Albtraumratur An deinem Zug Dann Deiner Superfest Nico mach bloß mit dem gierigen Frosch Der gierige Frosch Opferchen Kajus Kajus und Urteil Das kostet Mike Das kostet Mike ziemlich viel Schein nix Wieder Crab Da 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 Und Mikes Brüste Endlich Mo Special Was hast du abgeworfen mit Fortress? Den antiken Geonite Die Und den Genso Insektensäte Kettenseek normal Das ist 18.4 Und Nico auf der Karte ziehen Denn Chainsäte Bei Kettenseekten Insektensäte so gewohlt wenn er Schaden macht oder auch wenn er angreift oder Monster zu stellen Der angreift schon mit dem Angriff Davon kann ich sagen So Bin ich Ja So So Semperfest Vorstand zurück Is back Dann Abwerfen Für Schwick Special Die greift Spezial Die Opfer Für Zabok Schuss Der ist geschossen Was ist bei ihm nochmal? Wie viel Ein mit der Ich zerstöre es gar nicht Ein Monster von dir Und angetriebenes durch den Effekt glaube ich Und das kannst du schon bei Battle Bei Battle Jo Gut aber Spalt mal Spalt? Spalt? Da kommt nix Ja Axt und ein Ja Das ist das Game Ja Von Axt und Sauer Und hier F реб die Posten an sich für das Jahr und ein paar Jahre St das ist gut und das ist ein Wolling-Klinik St.Gl. 2.000 4.000 St Oberhof Ok und Mike Elstowel Gott hat erst die Kreatur beginnt wo man es was von mir und und es wird und weil es wird und so ist die Köln und meistens Köln wo es wird wenn er nicht gut ist die Kloch und so weiter von Meister die Sitz die Köln wird was war die Klinik und die Sitzel hat um bürgermeister ich bin davon auf uns nur wieder für zauber und zu werden um ich kann sie er geht es nicht ganz gut so wie es ist für die Kälte der kann schießen und ja das muss man zurück und das war wo sich die Auge und ja für eine Mahlur zu schütteln die Uhr wo schön ihr bloß gemacht ich bin da und so die Angriff zu viel und die Schuss kann ich auch machen wir sind ganz schön ganz gut gut gemacht aber auch wieder bei den Kursen beduldet ich ich eine Sektung der Karten ich kann mich hier ansonsten die 3 Sektung ein Zaubergenverteidigung Zürich Schuss, das ist bitte. Du hast richtig schweiß. Kupul, sorry. Schau, so dringend. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Ich habe vergessen. Schau, ich habe das Gefühl. Das ist ganz klar, aber ich habe das Gefühl. Ich habe den Schuh aus dem Bechen. Das ist schon der Schuh. Das ist schon der Schuh. Das ist schon der Schuh. Das war das. Das haben wir in die Verdammten. Das sind die Schuh. auch nicht so umziehen noch kurz 8 die Beine durch ich kann es sein wo man hat auch 3 8 kann ich schon schaden die Probe das das ist das Wort für die Antikypern ja über den Bohrl und Brotten und er ist die Kanone du kommst ja zu kommen die uns jetzt nicht mehr überwärtig sein besagt die zu fünf die drei Földer 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 Wurzeln Max Wurzeln das ist es auch die Stau hat sich und schon der Spalt der Spalding wird die Vortenzweck Und ein Set-Poto. Sehr solide mit seinem Zauberkirchen durchgestallt. Mike muss jetzt was bringen. Das kommt ja echt in die Begrüge. Gibt gar nichts mehr. Was haben wir da jetzt? Ein Konzept bis jetzt? Nein, ich hab nicht das. Der war doch gut. Voll gesettet, ey. Der war echt noch so besonders. Ich muss überlegen jetzt. Ketten-Segel-Segel-Segel-Segel-Segel. Ring Ring. Mach Double. Dable, okay. Schon mal ziehen. Ich darf Nico und Carl ziehen, ja. Ketten-Segel-Segel-Segel-Segel-Segel-Segel-Segel-Segel. Und Nikos turn. Handkarten-Niko. Ich hab jetzt. 5. Schenal 4. 1. das ist der kapier spalt was ist das akunische wolkenvieh ich mag es du hast noch du hast noch Ich bin nicht mehr gespannt. So, ich bin Hornab-Soldat. Ja. Dann... Das fährt jetzt ganz gut im Frühjahr-Soldat. Und der Soldat hat nochmal... kann ein Stufe eingehen, oder? Ja, so. Auf dem Endstufe habe ich eine Gritera-Taktik. Aber noch als 2 Ends. Riesen-Schwein. Oh, und Axt. Oh, und das ist ein Preis. Auf dem Markt. Absolut. Oh, und... Es ist noch gerade hier, der Strahl-Anspreim und Schneemier. So, bei... 3,2... ...5mütig sind, ne? Was haben wir... ... du... schocken 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 ich nochmals geht es uns schnitzel und auch wieder mal ich kann es noch mehr stimmten die um Nimm es wie ein Mann. Nee, Zeit. Der kann durch Kontrolle zerstört, wenn der Resonator. Was sagt man, kann die? Vielleicht? Ja. Wunderbar. Hör drauf. Ein Strich. So. Dann kommt ihr auf die, jetzt muss ich überlegen. Was ich gut mit dem Resonator? Ja. Ich muss überlegen, ich muss überlegen. Wir haben sich nicht zu machen. Vielleicht nicht. Das Resonator, also wir haben einen Pot. Oder hat er die Feuer gespeichert. Ja, etwas, zwei. Bleibt schon. Ich muss die Neurechner mitreicht und wir fern uns tot zu können. Ja, road diese mitarbeend. Webdrechnung. Der T isch. die die ist das Leben den Angriff hat er vielleicht geschaut und das war doch nicht gegeben so plan und der nächste das ist Fels Kilo Apropos ausbestimmt die Spalm oder Eifertschaub Felsdorf Felsdorf Popo für die Miko bis zum das st so für jetzt wird es kritisch ich habe es gut aus jetzt muss es kommen die Bühne zum Bühne der Regel für die 100 soll noch 1 9 Deiner ich komme wieder immer wieder immer wieder ich bin schon zum 2 und soll da die zz-monster zum bierer Zeuge mit schluss so ein bisschen zu tun mit zwei sieben es sind für mich über die die logik kommen und die über die Beide und die Zauberkarte dann dann bei Knochen muss die Verpackung ist der Punkt ist nicht mehr doch nicht schon konnte er und gar nicht anrufen die Runde ganz gut der Welt die Wettbewerbste was ich noch so sehr gut für fünf so zweit sehr offensiviert mit der Führung von Life Points riesen Maul Tja, ich wurde verloren und schaffte noch einen Schaden Ohhhh, das war natürlich echt groß Ja, der wird zerstört und schaffte noch einen Schaden Das ist der Tod für mein kleiner Volkjagen hat Regeltier Ich hab doch Fähigkeit selber gehabt Ich hab gedacht, der greift irgendwann mal an Ich hab noch gehofft, der soll den angreifen Gut, alles klar So, das war das Duell Also Shadowhood schon mal dritter Platz hier auf jeden Fall Mike Vierter So, und jetzt kommt das nächste Kursfilale Der Bogen gegen Robby Da geht's mal richtig ab Preisverleihung noch Dann werden wir noch Booster schlachten Also die Preisbooster werden wir noch öffnen Dann werden wir das wieder ziehen Also es kommt alles im nächsten Part dann Und wir können uns auch das grande Finale freuen Haut da rein, ne? Bis dahin, haut da rein, ciao